Hast du schon gehört? 6ix9ine kommt für ein Konzert nach Deutschland. Am 13.10. will Skandalrapper 6ix9ine in Frankfurt für Abriss sorgen. 6ix9ine hat immer wieder Beef mit anderen Rappern und der Polizei. Zuletzt machte der Skandalrapper auf sich aufmerksam, weil zwei seiner Luxuskarren versteigert wurden. Ein Lamborghini und ein Bentley. Beide Autos wurden beschlagnahmt, weil der Rapper seine Schulden nicht bezahlen konnte. Am 13.10. spielt 6ix9ine in Frankfurt. Sowohl Sitzplätze als auch Stillplätze sind noch verfügbar. Tickets kosten ab 70 Euro aufwärts. Für mehr Rap-News macht das bloß weg und folgt unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.